Es ist 7 Uhr, Zeit für den Montagswitz Powered by Diversity Ball. Ein Mann ist verstorben und wird beerdigt. Auf dem Begräbnis sind ein Blinder, ein gehörloser Mann und ein Mann im Rollstuhl. Der blinde Mann wirft zum Abschied seinen blinden Stock ins Grab. Der gelähmte Mann wirft seinen Rollstuhl ins Grab. Und der gehörlose Mann schmerzt seinen Dolmetscher ins Grab. Der Montagswitz